Es ist ein Service, da können sie sich unter anderem anweseln. Weiß ich nicht so, sondern dass wir denen extra zu drauf was machen. Der hat standardisiert mit so einer geilen Versandzeit. Ich mein, ich wohne ja auf dem Land. Da ist es uns verständlich, dass die Pakete so im Land kommen. Die liegen normalerweise mindestens einfach auf der Post rum. Aber ja, hat super geklappt. Wie gesagt, für das was ich gezahlt habe, kann man definitiv nicht mehr kann. Das mit dem Ding kann man gute Sachen machen. Habt ihr gesehen, ist zwar ein neues Lasset mit dabei. Das ist gerade... Vielleicht auch... ...wiesem was... ...zustande gekommen. Weil ich hoffte, dass das ein bisschen was cooles zustande gekommen ist. Ob es das ist, kann ich erst äh... ...sagen, wenn ich dann da war. Oder wieder beim... ...Vollproduzieren schon wieder fürs nächste Semester. Weil ich dieses Semester beten... ...äh, nicht wirklich viel Zeit habe. Und mein Praktikum und... ...ja... ...das ist alles ein bisschen sehr verbastelt. Es ist im Sommer. Wird dann aber besser werden, keine Sorge. Ja, wie gesagt. Also was auf jeden Fall noch... ...anstehen wird, ist... ...was schon für... ...investition eines... ...ah... ...Antrieb-Infos... ...kommst du so... ...irgendwie immer mal gebrauchen. Weil... ...ich... ähm... ...das ist, wenn ich dann... ...kam... ...handschuss... ...kam... ...mäßig mal ein Klinkelstecker an. Das heißt ja jetzt, wenn ich... ...Klinkelstecker, äh... ... bei allem am Handy, hat man auch irgendwie... ...Mikrofon... ... äh... ...und... ...wurfen... ...alsirben die... ...sagen, wie sie... ...serweil ich das jetzt ein. Den denn kann man auch als Mikrofon Anschluss nutzen. Das Problem an der Sache ist, wenn ich da allerdings ein altes Mikrofon von mir rannehme, dann wird das nicht als Mikrofon benutzt, sondern es wird immer noch die Unterseite des Handys, die als kleine Mikrofon benutzt. Das geht zwar von der Sprenaufnahme, aber das ist jetzt natürlich nicht so der Mega-Burner. Aber es ist besser als nichts und ansonsten kann man ja immer noch alles nachbetonen, denn hier zuhause, wenn man die Original-Burnspur hat, dann sollte das gehen. Wenn man jetzt irgendwie Landschaftsaufnahmen hat und da halt sowieso YouTube reden muss oder halt irgendwas in die Kamera reden, dann kann man das 1 zu 1 nachrabbeln. Das heißt jetzt mal, vor allem wenn es eh vorher gescriptet ist, wenn man zum Beispiel von Sachen wie ein neuer Kanal-Trailer und so, der ist auf diese alle Weise entstanden. Ich weiß nicht, ob ich den bis dahin sogar schon bei mir im Kanal eingestellt habe. Das ist alles noch ein bisschen in der Planung, aber ich gehe ja nicht davon aus. Ich wollte mit dem Kanal-Trailer nämlich auch ein bisschen die kommentare Mode sein, dass... Oh, ich schneide ein Best-Off vom Kanal zusammen. Das ist derbe und kreativ. Das kam früher mal als Special raus. Also, oh mein Gott, ich habe dies und das geschafft. Das Special-Kit ist ein Best-Off von diesem und jedem Zeitraum. Und das war irgendwie, ja, denke ich, deutlich cooler als irgendwie, ja, wie ich stehe ein Best-Off als Kanal-Trailer ein Best-Off. Ja, kann man machen, aber wenn man dann schon das Best-Off, das langweilig empfindet, was bei mir wahrscheinlich der Fall sein könnte. Weil ich jetzt irgendwie selber nicht wirklich alles gegen bezeichne, der die ab normal spannenden Sachen so macht. Also, bei weitem nicht. Und deswegen ein Best-Off von mir wäre nicht... Da muss ich schon sehr suchen, um sich über Sachen zusammen zu finden. Und, äh, ich wäre wahrscheinlich nicht zufrieden. Und deswegen... So was auch für mich, weil er ist einfach so... Ich habe da zwar mal was gemacht, es ist jetzt aber auch schon Schwierigkeiten her... Äh, eineinhalb Jahre... Nämlich war das, ähm... Ich glaube... Ich glaube, ich habe einfach den Willerkost liegen, um... ... in den Wiener da reingesetzt. Oder den Neu-Siegel, das weiß ich gar nicht. Ähm... Auf jeden Fall nicht so ein Best-Off, weil es ja... Ja... Das ist nicht was, was ich, äh... Als Finale-Toll haben will. Noch dazu, weil es halt einfach... Irgendwie jeder hat. So was. Wenn ich ja irgendwie... ... auf YouTube grundsätzlich der hier bin, der... ... irgendwie... ... definitiv... Wenn ich das machen will, das alle machen. Vor allem, ich glaube, das Problem ist, vor allem in den, ähm... ... Dimensionen, wenn sich mein Dasein hier auf, äh... ... der Plattform... ... beschränkt. Nehmen mit Dimensionen ist sowieso das immer alles, ähm... ... einheitlich. Und während ich schlafe, wenn ich mal ganz kurz aus dem Bild... ... so... ... wieder frisch und fröhlich aufgestalten... ... ich muss definitiv zum Frisur, das geht ja. Hm... ... diese Frisur... ... das ist einfach... ... furchtbar mit anzusehen... ... wie man Haare so grausam, äh... ... zurecht... ... das kann man doch nicht... ... bringen... ... doch... ... ja doch, eigentlich kann man schon siegen nur bei mir... ... oder, nicht schon speil... ... oder sonst... ... Kohle... ... Kohle... ... wenn wir das mitnehmen... ... aieieiei... ... ich werde sowieso viel mehr Brennstoff brauchen als früher... ... weil hier für diese ganzen Stone Slabs... ... da... ... also nicht die aus Kobbel... ... sondern die anderen halt... ... die die früher aus Kobbel waren... ... aber jetzt den normalen Stein... ... und... ... dementsprechend... ... muss ich den ganzen Kobbel erst mal beraten... ... das kostet natürlich auch ungeladene Kohle... ... ähm... ... deswegen... ... hat das auch noch mal eine lustige Angelegenheit dann... ... ... das ist... ... so... ... da sind wir doch ein relativ... ... das ist... ... Monolog gekommen... ... wenn Gespräche... ... mit Kathy... ... mit dem... ... das ist übrigens auch... ... eh... ... Kakaobohnen... ... in Skor... ... zu finden... ... nur die Wahrscheinlichkeit eines... dieser karte in der nähe zu finden ist quasi 0 das ist es eigentlich nicht wirklich möglich hat die karte an der stelle wo wir hier sind so alt ist dass da noch nicht mehr spawner generiert wurden ich weiß es definitiv nicht ab welchem teil der map ich glaube ab dem wo ich die großen bande gab können vorne dabei sein auf jeden fall wo es dann leben gehabt und das zeug also auf jeden fall welche generiert worden nur wo ist halt die frage und ich möchte jetzt halt auch nicht die welt von Anfang an zu wiesig machen dass ich da als erstes ganz größte Metall habe und zweitens ich später wenn bald wieder alles umgeschrieben wird die neuen Sachen auch nicht fünf Jahre lang laufen muss bis ich da bin na das wäre halt schon sinnvoll vor allem im Hinblick auf die 1,0 wobei ich jetzt da noch nicht weiß ob ich es glaube ob es überhaupt noch möglich ist dass Songholz in meine Welt generiert werden es gibt ja drei Spots wo sie dann erscheinen die sind quasi sind vordefiniert das Problem ist ich weiß nicht das wird dann sehr spannend werden das wird dann sehr spannend werden und schau mal da mal was dann loskommt ähm bin ich ausgestanden so viel mehr Gas ich war warum heißt das ja eigentlich aus Erde ich glaube nicht einmal ich bin ja richtig nicht genug ach egal das wird schon selbst wenn man da was klaut kommt dann eh nur maximal wenn das irgendwann mal kaputt geht die 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 Tup 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 Ja, ich auch. Nn, doch nicht perfekt. So. Ähhhhh. Mein Meckleser kommt langsam schon in den Gefilde, wo ich alles eingraben darf. Und ich weiß nicht, wo es dann langsamer voran geht. So. Naja, gibt auch wieder. immer es. Es will mich aber fast auf Vorschlag. Jetzt, weil ich hier hinten bin. und hier ähm ähm oh gott ein baum hier auch mal das geländer anfasse und dann gehen wir dann weiter ja oder oder auch nicht wieso kommt da unten jetzt überhaupt in kassen das verschließt sich mir definitiv gar nicht das kann ich hoffe es ist schon eine tolle öffnung es gibt kaum etwas was bei der garten also im garten was macht da kommt dazu gar nichts wenn du mit der hand anfingst franzen einzugraben oder auszugraben ist sehr lange beschäftigt und dann gibt es natürlich noch das etwas fortgeschrittenere modell ich kaufe das nennt sich dann packer das hat aber nicht jeder und